Lieber Boris, dir und deinem Team meine herzlichen Glückwünsche zu diesem grandiosen Jubiläum. Du hast ganz Großes vollbracht, das kann man nicht anders sagen. Schmerztherapie und Palliativmedizin für Kinder wäre ohne dich nichts. So kann man nur deinem Team und dir herzlich gratulieren. Ein Team, du hast ein Team aufgebaut, das beispielhaft ist, das toll publiziert hat, das tolle klinische Arbeit geleistet hat. Und du hast sehr viele Dinge bewegt, viele davon hast du aufgeschrieben. Ich gehe gerade mit unserem Hund im Gesundheitscampus spazieren, mit einem unserer Hunde, Idefix, und denke, bei den vielen Dingen, die du aufgeführt hast, fehlt vielleicht noch eins zum Beispiel, dass gelegentlich mal Hunde oder Tiere zu den Kindern kommen können. Das wäre sicherlich etwas Gutes. Und vielleicht fehlt auch etwas anderes noch bei den vielen Jubiläen. Heute ist Pfingsten, dass gelegentlich mal ein Dank- oder Bittgottesdienst auch aufgeführt wird. Ich wünsche dir für die nächsten 10, 20, 30 Jahre viel Erfolg. Bleib so, wie du bist und mach so weiter. Wir brauchen dich. Danke.